wo sind wir denn mcdonalds nach vier jahren veganer abstinenz weil die haben jetzt vegane burger das müssen wir unterstützen hallo welt heute gibt's den big fucking bitch fact big vegan ds mit veganem fleisch von veganem mcdonalds mit veganem ws von vegan ohne zwiebeln versteht sich die bestellt man ja schließlich runter und dazu gibt es pommes tada was sagt ihr dazu reines veganes mit tollen also nicht nie nie nicht mal wie getan sondern wirklich wie gerade schon mal so schön gesehen ein echter veganer patty mein allererster veganes nicht fleisch fleisch so echt dass man könnten denken könnte es echt zu echtes veganes nicht echtes nicht fleisch fleisch und mcdonalds vegan und tschüss